Anzehle, Böle, Schäle, Hans kommt von Valisele. Laufen kann er nicht allein, denn er hat ganz krumme Beine. Schon seit Geburt geht es ihm so. Das macht ihn ganz und gar nicht froh. Denn Behinderung ist es eine. Aber man darf ihn nicht verneinen, wenn er einen Unfall hatte, so wie beim Sport, der Peltrametti, wäre er nur so zum Spass in der Sendung Wetten, dass in ein fahrendes Auto gerannt, hätte sich dabei sein Markt durchtrennt, oder hätte man ihn in einer Schlucht unten gefunden, übersät, mit schweren, tiefen Wunden, weil er ab der Brücke schumpet, man sagt dazu auch Benji schumpet, mit einem alten, schwachen Seil, dann fängt man das irrsinnig geil. Es wäre ihm mit Sicherheit auch passiert, dass ihm jeder applaudiert, weil er ein Optimist ist geblieben, sich sein Mut nicht austreiben lässt. Zum Aschbacher würde er dann gehen, dann könnte er seine Weisheit rauslassen, dass alles nur eine Frage vom Willen sei, und jeder eine zweite Chance hätte, sein Leben wieder in den Griff zu bringen. Man müsste sich nur ein bisschen dazu zwingen. Ja, wer seine Gesundheit gibt für nichts, der ist ein Held für ganz viele Leute. Und mit allgemeiner Sympathie ist es einfach, optimistisch zu sein. Doch wer schon immer so ist gewesen, dem ruft man anders hintendrin. Dann mag man auch das Kind leiden? Hätte man es nicht abtreiben können? Es würde mir einfach nicht recht gefallen, dass wir für solche Leute zahlen müssen. Es gibt keinen Raum und kein Geld für unseren Hans auf dieser Welt.